Konnichiwa Anime und Game Otakus. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Overwatch. Wir machen wieder 3 vs 3. Ich muss noch zwei Lootboxen, äh nicht zwei Lootboxen, zwei Gewinne machen, damit ich eine Lootbox bekomme von den wöchentlichen Gewinnen und ja, dann habe ich alle. Irgendwie hatte ich in den letzten Tagen so nicht das Glück mit den Teammitgliedern, ich weiß nicht. Die haben uns total fertig gemacht immer. War nie so wirklich der Zusammenhalt da. Ja. Fuck. Musst du ein bisschen aufpassen. Und tot, und tot. Oh fuck. Wir müssen auf die Widowmaker da oben aufpassen. Ja, ja, ich weiß sie. Hat es auch nicht abgelehnt. No! Oh fuck. Ach man. Ja. Das war sehr schlecht. War knapp, war knapp. Es ist mit diesem neuen System etwas schwieriger geworden, muss ich sagen. Und halt auch mit die neuen Maps. Die sind noch ein bisschen unbekannt für mich. Ist halt auch rundenbasierend, ne? Das sind so rundenbasierende Takte, die man machen muss. Und hier ist alles halt, jeder ist überall. Wenn man gewinnt, muss man einen ganz anderen Charakter nehmen. Ist schon nice. Irgendwie, eigentlich ist es cool, aber... Ach, natürlich. Oh Gott. Hallo? No! Ich wollte die Mercy, damit der andere das wenigstens noch hinkriegt. Ah, Lord Pikachu. Ah, der Name ist ja cool. Ich glaube, das wird mal wieder eine bittere Niederlage. Ich komme mit dieser Map auch noch überhaupt nicht klar. Die ist so verwirrend einfach. Es ist zwar rund und so und übersichtlich eigentlich, aber... Die verwirrt mich einfach. Ja, hätte ich das geschafft mit der Mercy, dann hätte er jetzt nicht das Problem mit ihr. Aber ja. Farab auch noch da. Alter, die zerfetzen uns gerade. Ah. Die Musik ist aber echt geil. Und der eine ist jetzt gegangen. Dank, Dankeschön. Du kleiner Ficker. Sorry für diese Ausdruckswahl, aber ich hasse sowas. Oh, wir verlieren. Jetzt gehe ich mal. Scheiß Memme, Alter. Oh, Mann, oh Mann. So. Jetzt kriegen wir es aber hin. Komm. Eine Orisa. Senyatta habe ich gesehen. Komm, 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 komm. Oh, shit. Wieg dein Leben jetzt. Punkt, der Stand. So. Das wird halt immer schwieriger, weil man halt dann nicht mehr so viel Auswahl von den Charakteren hat. Die man so vielleicht kann. Ich kann einige noch. Also, ich bin mit vielen... Ja, ich habe viele schon gespielt. Deswegen habe ich das Glück, dass ich mich anpassen kann. Natürlich bin ich mit manchen schlechter als mit anderen, aber... Trotzdem kann ich mich gut anpassen. Ich kann eigentlich alles nehmen. Ich kann Heiler nehmen. Ich kann Tank nehmen. Ich nehme aber lieber gerne Angreifer, weil mit denen ich am meisten spiele. Mercy. Oder Mercy zum Beispiel. Oder Mercy. Die geht auch. Wo ist denn der? Fuck, 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 fuck. Okay, 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 okay. Los, los, los. Sehr, 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 sehr gut. Wui. Verstanden. Okay, jetzt müssen wir es hinkriegen. Jetzt nehme ich Reaper, oder? Ich nehme Farrah. Mit der kann man schön aggressiv sein. Komm schon. Komm schon. Ich will gewinnen. Dann können wir nämlich noch eine Runde machen und dann kriege ich vielleicht die letzte Lootbox. Aber ich muss sagen, von diesem Event habe ich irgendwie gar nichts gekriegt von den Skins her oder so. Ich könnte eins kaufen, aber... Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so begeistert von diesem Event, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, oh, wie geil, ich hype dich jetzt. Yay, ich habe eine Mercy. Okay. Fuck, 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 fuck. Komm schon, ich muss die killen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Lass sie, lass sie, lass sie, lass sie. Okay, 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 komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Scheißegal, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, stup. Wo sind die? Da. Ich weiß. Was soll ich machen? Wo ist die denn? Ah, die ist zu schnell gerade. Alter, das kann nicht sein. Stirb doch mal. Yeah, bam, bam in your face, wuhu. Sehr schön, das war echt knapp, muss ich sagen. Ist gut, dass der eine neue dazugekommen ist. Der hat sich ein bisschen, der hat ein bisschen besser gearbeitet. Das ist der neue Skin von Lucio. Oh, das war aber echt knapp, wirklich. Die haben uns erstmal richtig fertig gemacht. Ah, sehr geil. Das möchte ich auch mal machen mit Lucio. Ich möchte den auch mal spielen und das schaffen. Das ist echt nice. So, irgendwie jemanden darunter schubsen. Und das geht auch mit Orisa. Voll gemein ist das. So, den Sieg haben wir sicher. Können wir direkt noch eins machen. Und vielleicht kriegen wir dann eine Lootbox. Ich wäre froh, weil wir es jetzt schaffen, damit ich die wöchentlichen Lootboxen mal endlich hinbekommen haben. Hat echt, ich habe wirklich Stunden gesessen und irgendwie, weiß ich nicht, nie was gerissen. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich einfach Schnellsuche und so gemacht. Ja, ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung. Das ging mir ein bisschen auf den Sack mit dieses 3 vs. 3. Da habe ich Schnellsuche gemacht. Ja, und jetzt kann man halt wieder Season 5 anfangen. Platzierungsmatches, äh, 10 Stück. Ich freue mich nicht. Das wird wieder lustig. Ich weiß nicht, ob ich das streamen werde, diese Platzierungsmatch, aber mal gucken. Mal gucken. Ja, das muss halt sein, diese Platzierungsmatches. Aber was soll man machen? So, ich spiele sehr, sehr gerne Tracer. Tracer, so wunderschön. Cool. Die laufen immer gerne alle hier rechts lang. Ich weiß nicht warum. Und von den anderen natürlich links lang. Dankeschön. Das ist hier gerade ein Super Battle. Teammitglied Eliminiert. Ich will nicht allein sein. Was? Oh man, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Wie soll ich denn das jetzt hier alleine schaffen? Vor allen Dingen gegen den Fettsack. Ich muss Zarya auch noch loswerden. Ich muss ja wegkriegen. Was soll ich machen? Scheiße. Hätte klappen können. Ja, da konnte ich nichts machen. Ich habe jetzt so gut es geht gekämpft. Aber ich allein als Tracer gegen die alle? Nee. Ich bleib mal bei Tracer. Ich bin gerade ein bisschen warm mit ihr. Schade. Schade, schade. So, sagt jetzt natürlich aber wieder nichts aus, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Das ist erst entschieden, wenn es soweit ist. Wenn da steht Sieg oder Niederlage, dann ist es klar. Kann sich so viel ändern einfach. Ein Reinhardt, okay. Okay, ich habe ihm mal geholfen. Oh, fuck. Okay, der lebt noch, der Sota. So, bitteschön. 1-1 mit Reinhardt war super Teamwork. Dann nehme ich mal jetzt Soldier, ne? Irgendwie, ich habe das Gefühl, seit man jetzt hier auswählen kann, wen man möchte, nimmt irgendwie keiner mehr den Soldaten hier. Ich weiß nicht, warum. Der ist eigentlich immer sehr begehrt bei anderen Spielern. Ich weiß nicht, warum, aber okay. Der ist meistens immer frei. Aber ist ja auch nicht schlecht. Dann spielt man mal andere Charaktere. Ich mache das ja auch. Ich spiele ihn auch irgendwie seltener jetzt. Komisch. Reaper sehe ich sehr oft hier. Ja. Wuhu. Eine Drehung. So, wem haben wir jetzt? Ich nehme jetzt... Jetzt nehme ich mal McCree. McCree. Dann nimm ihn doch, Mann. Immer dieses Rumgespammel. Ich weiß nicht, warum das sein muss. Entweder hat er Langeweile oder ich habe keine Ahnung. Die beiden arbeiten zusammen. Die spielen zusammen. Cool. So. Ich hätte so gern dieses Blackwatch-Skin von ihm. Aber naja. Kann man nicht ändern. Ich habe jetzt erst Credit. Deswegen schade. Damn. Nein, was habe ich gemacht? Fuck, 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 fuck. Bitte. Töte mich nicht. Töte mich nicht. Scheiße. Ich habe diese Drehung da außerdem gemacht. Diese Rolle. Die wollte ich gar nicht machen. Mein Leben ist gerade sehr schlecht. Ich folge irgendeinem Dicken, damit ich nicht alleine bin. Ja, ich habe nur noch 4 HP. Sugai. Und eine Symmetra ist da drin. Nein, da gehe ich doch nicht rein, Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Wenn ich jetzt da irgendwie eine Bewegung mache, dann bin ich tot. Yay. Dankeschön. Super. Ich wollte jetzt nur nicht sterben. Ich habe jetzt gewartet. Das war jetzt aber echt knapp mit 4 HP. Ich hatte schon mal 1 HP. Das war auch nicht sehr schön. Das war auch sehr on... Schön. Halt. Okay, wir haben es geschafft. 2, 3 versus 3. Beide gewonnen. Sehr schön. Ist echt erfrischend, neue Maps hier zu haben. Wirklich. Das macht echt Bock. So, wir können jetzt die Lootbox sogar aufmachen. Haben wir uns ja verdient. Wäre schön, wenn wir jetzt noch eine kriegen würden, aber... Träumen weiter. Wir machen die mal auf und dann kriegen wir wieder nur Scheiße. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Oh, eine goldene. Credits. Toll. Ich dachte mal, oh, vielleicht kriege ich mal ein Skin. Nein, ich kriege Credits. Wie viel sind denn das? 500. Okay. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt irgendeinen Skin. Ich habe die Schnauze voll, dass ich nie ein Skin kriege. Ich habe echt die Schnauze voll. Es reicht. Es reicht. Wir suchen uns jetzt aus. Heldengalerie. Ich weiß nicht. Tracer hat... Nicht die... Tracer hatte ein cooles Skin, glaube ich. Wir gönnen die uns jetzt. Okay. So. Und die rüste ich jetzt auch aus. Jetzt haben wir einen neuen Skin von Tracer. Weil ich heute mit ihr halbwegs gut war. Moment. Widowmaker hat doch so ein... Tanz, ne? Ballett. 750, Alter. So teuer! Das wäre cool, wenn da noch Musik bei wäre. Das wäre echt lustig. Das ist echt... Das ist echt geil. Oh la la. Oh la la. Ein Ball. Ein einziger Tod kann alles verändern. Ja. Ich weiß nicht, was sie sagt, aber das klingt sexy. Habe ich bei Tracer eigentlich genug ausgerüstet? Ich weiß das gar nicht. Die Welt kann nie genug Helden haben. Habe ich was verpasst? Die nicht verzeigen? Tracer fragen. Habt ihr was gesehen? Die ist so süß. Die Welt kann nie... Och, Menno. Die ist echt niedlich, ey. Wirklich. Sprays? Was habe ich denn für Sprays? Habe ich das ausgerüstet? Ja. Das sieht echt geil aus. Das sieht echt richtig Hammer aus. Das ist echt schön. Das Spiel macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe gesehen, irgendwie wird jetzt Road Dog gebufft. Und wer noch? Irgendjemand wird noch gebufft. Ich glaube Reaper habe ich irgendwas gesehen. Ich weiß aber nicht, was genau jetzt gemacht wird. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Karriere? Ja. Toll. 57 Stunden, das ist wenig. Ich muss mehr spielen. Ich muss mehr spielen. So, ich würde sagen, hier erstmal einen kleinen Cut. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part. Schaltet da wieder ein und bis dann. Ich brauche an, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.